es ist dieses video 1 gegen 1 im boxkampf gegen romatra eskaliert er kämpft dreckig mein erster boxvlog okay schauen wir mal rein ja ich werde nämlich heute das erste mal richtig sparring das letzte mal habt ihr das ja gesehen vielleicht bei romatra da habe ich ja total abgelost mehr gar keine technik viel kraft aber null technik null ausdauer jetzt ist drei wochen später ich habe jetzt drei woher vor okay ich bin mal vor zum interessanten teil wo man ihn jetzt hier dann auch boxen sieht das ist eine sehr 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 schöne kombination muss ich ehrlich sagen das ist etwas was ich auch sehr vielen leuten immer als tipp gebe und zwar wenn ihr einen schlag abtaucht gleich die combo zum körper reinhauen ja also viele leute tauchen halt einfach nur den schlag ab und danach kommen die oben zum beispiel mit dem haken aber warum das ist eine verschwendete bewegung wenn zum beispiel junge glocke halt endlich mal die fresse danke scheiß kirchenglocke man irgendwann baue ich die da ab so zurück zum thema wenn jetzt beispielsweise der rechte haken vom gegner kommt ja abtauchen und gleichzeitig den körperhaken reinballern man einfach den haken reinballern und dann oben gleich hinterher mit dem linken haken zum beispiel diese bewegung diese abtaucht bewegung ist verschwendet wenn ihr dann keinen schlag mit reinballert deswegen immer den ab die abtaucht bewegung gleich mit einem treffer auch kombinieren ok steigen wir direkt ins sparen rein nein du darfst doch der du darfst links 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 bali links bali kannst du auch was du willst aber wenn du da triffst kann brechen warte was hat er gesagt es ist so leise ich höre gar nichts mann was kann brechen er hat eine angeprellte rippe okay das ist für mich heute der wichtigste kampf ich bin ja noch verletzt das hatte ich ja vorhin schon gesagt warum nennen die das eigentlich immer kampfmann das ist ein sparring bitte benutzen die richtigen begriffe jungs ja sparring kein kampf weiter geht was da jetzt passiert man jetzt wurde ich ja abgelenkt wegen den weibern da draußen ja was macht er wieso dreht er sich die ganze zeit so weg gegner anschauen ja hör doch auf dich wegzudrehen schau den gegner an das ist wichtig man muss den gegner im blick behalten ja und dieses wegdrehen das ist das ist das ist richtig schlecht einfach nicht wegdrehen gegner im blick behalten wenn du treffer von hinten bekommst an das kind oder gegen den hinterkopf oder so dann läufst du echt gefahr verletzt zu werden mann und da kann der gegner dann nicht mal wirklich was dafür weil wenn er ausholt und zuschlägt und dich in dem moment umdrehen und dir den hinterkopf anbietest das ist nicht gut ja gut hinterkopf okay aber es war halt auch teilweise wirklich auch seine schuld weil da ist extrem runtergegangen der ist ja abgetaucht das ist das was ich vorhin gesagt habe schon mal vorhin dreht er sich weg bietet den hinterkopf an jetzt taucht er ab schaut runter bietet den hinterkopf an von dem gegner war es ein bisschen unsauber muss man schon sagen aber es von ihm ist es auch nicht richtig das war doch fair das war doch alles richtig hinterkopf alter du gehst zweimal hinterkopf bist du dumm oder was ich darf doch nicht jetzt nimm die hände hoch erste runde ist durch man merkt auf jeden fall hat auch trainiert das ganz geil ist halt immer sehr sehr schwierig mit der mit dem juggernaut outfit man hat die ersten 30 sekunden gemerkt so bam 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 ich war richtig aggressiv ich wollte die oberhand haben die euch auch bekommen und das war es dann danach konnte ich nicht mehr konditionell einfach es ist so dumm ich muss unbedingt an meiner kondition arbeiten ich glaube von der kraft her und von der einschüchterung war das sehr gut wenn ich es irgendwann schaffe mal ja digga sorry aber wer kennt es nicht digga einschüchterung durch pirouetten er hat sich das halbe sparring weg gedreht hat pirouetten gemacht kein disrespekt oder so ja ich weiß der ist anfänger der ist noch nicht so weit und sowas ne aber ein bisschen besser also man muss sich schon man muss schon ein bisschen ehrlicher zu sich selbst sein ja eine gesunde selbsteinschätzung sollte man schon haben damit man wirklich fortschritte machen kann und wenn man dann sagt so ja ich hab den anderen gut irgendwie äh was hat er gesagt was hat er gerade gesagt was hat er gemacht ähm eingeschüchtert naja 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 würde ich jetzt nicht behaupten aber lustig auf jeden fall so ich sag mal vier runden durch zu boxen ich glaub dann äh das wäre sehr schwer für den gegner wir machen gleich noch eine zweite runde ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr mit äh äh körpertreffern zu arbeiten wo geht es weiter mit den sparen warte warte wir machen weiter ja oh ok schön 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 ich weiß nicht ob ihr das gerade jetzt hier sehen konntet muss ich mal kurz den chat verschieben da hat er genau tatsächlich das gemacht was er an dem pratzen gerade mit dem alex gemacht hat abgetaucht und dann den rechten haken zum körper jetzt schaut mal hin bap bap sehr gut äh respekt dafür dass er versucht hat das was er gerade hier in äh im pratzentraining gemacht hat geübt hat jetzt hier auch tatsächlich in das sparrige mit rein zu nehmen nachher nachher jetzt hier nochmal jetzt ballern der die hände aber raus jetzt ist er wüten geworden das stimmt nicht wir haben zehn oder fünf sekunden da geben wir fünf sekunden So, ich habe einen extrem in die Rippe bekommen, sie war ja schon angeknackt, das hat sehr der Weg gefahren, ein, zwei Minuten Pause gemacht, ich probiere jetzt noch mal eine Minute zu kämpfen, ich glaube, dann bin ich auch durch, ich hoffe, ich mache keine falsche Bewegung, dann alles chillt. Und drei, zwei, eins, let's go. Jetzt wird es ein bisschen wilder, hey, Digga, richtig cringe, man, sorry, ne, aber absolut Bullshit, den der Typ hier, Amar heißt, ja, absolut Bullshit gerade von dem, ich sehe auch schon, was jetzt hier das Drama ist, ja, ich weiß nicht, was er rumheult, schau mal, so, hey, vielleicht solltest du halt nicht versuchen, Penny aufzuheben mitten in dem Kampf, dann bietest du dem Gegner halt auch nicht deinen Hinterkopf an und der andere ist ja schon mitten im Schlag, der ist ja schon mitten in der Schlagbewegung und versucht halt einfach nochmal den Kopf zu jagen und wenn du halt den hier machst, ist halt nichts anderes da als dein Hinterkopf, der getroffen werden kann. So, ja, und dann diese Nummer hier. Ja, leichte Aggressionsprobleme der Kollege hier, muss ich ehrlich sagen, richtig cringe auch von ihm, so, chill mal dein Leben, Digga, ich weiß nicht, was du denkst, ne, der Typ hat da fast gar keine Power da reingelegt, du beschwerst dich da, obwohl es eigentlich, muss man ehrlich sagen, zum größten Teil deine Schuld ist, ja, ich meine, der würde ja dir nicht auf den Hinterkopf da hinhauen, wenn du dich die ganze Zeit wegdrehen, abducken, würdest und alles, äh, muss man schon ehrlich sagen, ja, leichte Aggressionsprobleme hier. Gegen Max kämpfst du nicht so. Ja, der geht aber auch nicht so, aber natürlich. Ja, aber, ja, recht hat der, der geht, der duckt sich auch nicht ab wie so ein kleines Mädchen und bietet seinen Kopf an. So, das ist, das sind so, das ist so jetzt das erste Mal, dass ich, glaube ich, jemanden wirklich kritisiere von denen, ne, glaube ich. Äh, korrigiert mich mal. Bei allen anderen habe ich echt immer positive Sachen gesagt. Äh, bei ihm muss ich ehrlich sagen, das ist der erste von der ganzen Truppe, den ich wirklich ein bisschen kritisieren muss, was das Ganze angeht, weil sein Benehmen, die Art und Weise, wie er sich benimmt, ist einfach nicht anständig. Das ist, da ist zu viel Ego dabei, da ist zu viel so ein bisschen so, ah, hau mir nicht auf die Rippe, ah, hau mir nicht auf den Hinterkopf, so, okay, Rippe kann ich verstehen, aber ganz ehrlich, wenn du eine angeprallte Rippe hast oder eine gebrochene Rippe oder irgendwas, dann gehst du halt auch nicht in den Sparring, man, das ist ein Kampf, die Jungs sind nicht erfahren, da geht noch so viel aus dem Reflex, aus dem Instinkt heraus, wird da gearbeitet, die sind halt einfach ein bisschen, ja, die haben noch nicht so diese Zurückhaltung, um sich da besser zu korrigieren und zu kontrollieren, ne, aber diese Treffer zum Hinterkopf, also die waren wirklich zu 99% seine Schuld, was hat er gesagt, Junge, ich würde ihm vielleicht so eine Backpfeife dafür geben, ne, ja, was ist das für ein unsympathischer Typ, hört mal hin, was er gesagt hat gerade, was hat er gesagt, du dummer was, dummer Kämpfer, ne, ja, dummer irgendwas, was hat er gerade gesagt, dummer Keck oder irgendwie dummer, dummer irgendwas, dummer Kämpfer? Ja, äh, hier an dieser Stelle, Kollege, falls du das jemals hören solltest, Digga, äh, wenn du Sand zwischen deiner Muschi hast, solltest du vielleicht nicht in den Ring steigen, ja, heuer auf rumzuheulen, Alter, was ist das denn, Mann, ist ja ekelhaft, Alter, beleidigt der den anderen noch als dumm, der hat sich da mehrmals dafür entschuldigt, hat noch gezeigt, so, ey, nachdem er dich in die Rippe getroffen hat, ist er selber auf die Knie gegangen und hat gesagt, ey, tut mir leid und so, war aus Reflex, weißt, dann Hinterkopf war deine Schuld, ja, ey, wasch dir mal den Sand aus der Muschi raus, Mann, richtiger, boah, unsympathisch hoch 10, Mann, jeder andere von der Truppe, ne, hat echt gute Fortschritte gemacht, ist echt immer sympathisch unterwegs, aber der Typ ist der erste, da muss ich sagen, dieser Amar ist eine richtige Pfeife, Alter, sorry, ne, aber ihr wisst, ich bin immer ehrlich, der Typ ist eine Pfeife, höchstwahrscheinlich wird dieses Video auch jetzt von ihm dann gestrikt oder irgendwie sowas, ist auch in Ordnung, aber der Typ ist eine Pfeife, Alter, bisschen weniger Ego, bisschen weniger Überheblichkeit in den Ring bringen würde dir nicht schaden, Punkt für ihn, Punkt für ihn, deswegen dreht man sich nicht weg von einem Gegner und taucht auch nicht so ab, dass man nichts anderes dem Gegner bietet als einen Hinterkopf. und zwei in die Rippe, das nervt einfach so doll, weil ich Bock hatte zu fighten, obwohl ich verletzt bin. Du hattest also einen in die Rippe. Was? Hier, auf Hinterkopf, dann scheiß mir das einen. Ja, echt, echt. Boah, heuleise, Alter, heuleise, Mann, oh Gott, was ne Muschi. Boah, ist ja ekelhaft. Junge, ist das ekelhaft. Oh, Digger. Kannst du dumm sein. Ähm, der Deal ist, Romatra darf jetzt so in seinem Juggernaut-Outfit dreimal drei Runden gegen Max kämpfen, ohne Pause zwischendrin, selbst wenn ein Körpertreffer fällt oder sowas und dann verzeihe ich ihn komplett. Dann verzeihe ich ihn ja. Dann umarme ich ihn alles. Ist egal. Boah, ne, will ich mir gar nicht weiter anschauen, das, äh, das Video. Der Typ ist derbst unsympathisch. Übelst unsympathisch, der Typ, ja. Einfach nur unsympathisch hochziehen, der Mann. Direkt weg damit. Ist ja ekelhaft, Digger, was ist das? Meine Rippe. Mein Hinterkopf. Der Sand in meiner Muschi. Hör mal auf, Alter, sei ein Mann, Alter. Wenn du schon in den Ring steigst, um zu kämpfen, dann sei auch verdammt nochmal ein Mann. Wegen so. Hinterkopf. Hinterkopf. Was ist los mit dir?